So, und da bin ich auch wieder zurück. Wir müssen jetzt größere Tempel bauen. Na, dann schauen wir mal. So, ein Erd-Tempel. Zwei Steine ist da drin. Achso. Ja, gut. So, müssen wir wieder eine Kaserne. Also, ist nicht als Ziel, aber wir bauen sie trotzdem mal. Schaden kann es eigentlich nicht. So, komm, ein bisschen flatterer hier. So. Zacki. Der Nächsten, so. Machen wir jetzt wie gehabt, sobald wir die stehen haben, hauen wir direkt die nächsten Produktionshütten rein. Also Goldmine, Sägewerk, dann den Steinbruch danach. Ja. Ich habe jetzt auch ein bisschen eine längere Aufnahmepause dann gemacht, da das mit dem Sodbrennen nicht besser wurde. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Jetzt können wir wieder wunderbar weitermachen. So. Äh, ne, Goldmine. Da, so. Ne, Jagd. Bitte. Ne, brauchen wir Holz dazu. Achso, den Markt können wir dann bauen. Okay. 30 Gold brauchen wir dazu. Hm. Für Sägewerk brauchen wir noch 10. Okay. Achso. So. Das ist anfangs immer so riesig spannend. Was man mit der ersten Versorgung soweit stehen hat. Aber gut, okay. Ein paar Levelchen haben wir ja noch. Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, äh, es sind über 30. Wie viel es ganz genau sind, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist aber auch gar nicht verkehrt, dass ich das nicht mehr weiß. Ich würde das aber auch nicht mehr nachlesen. Ich wollte jetzt mal nur so überhaupt Interesse halber mal gucken. Also es gibt laut Beschreibung über 30. Also ein paar Sachen werden wir da wohl noch kriegen, ne? Erd-Tempel. Ah, da braucht schon Eisen, siehst du? Okay. Bloß Eisen läuft ja immer so schnell voll. So, mit Nahrung sind wir schon reichig versorgt. Ein Steinbruch. So. Rupfen wir den ab hier. Das reicht ja. Dann können wir dann nachher gleich anfangen, größere Hütten zu basteln. Passt wunderbar. So. So. Also, ich habe keine Leute, wenn man. Nice, ja, 12. Weil auf dem Markt hätten wir da ein bisschen Nahrung umtauschen können, weil davon haben wir ja jetzt im Moment auch Vorrat. So, Adreise-Steine brauchen wir, okay. So. So. Na, jetzt kriegen wir langsam alles zusammen. Sehr gut. So. Ja, Nahrung haben wir jetzt einiges auch vorraten. Dann können wir die nutzen zum Tauschen. Das geht dann schon. So. So, dann machen wir eine große Nahrung. So. So. Marktkampfer stehen, sehr gut. Können wir jetzt natürlich noch nicht viel tauschen, aber ja. So. Dann bauen wir das nächste, großes Sägewerk. So, dann können wir nachher noch hier unsere großen Hütten zusammen. Dann passt die Sache. So. Zacki, zacki, zacki. Sägewerkstatt auch, sehr gut. Dann können wir als nächstes die große Goldmine basteln. Okay, können wir noch nicht. Ah, ne, doch, können wir. Wir können ja tauschen. Achso, aber nur Gold. Okay. Oh, gut, egal. So, Steine haben wir jetzt auch zusammen. Äh, große Goldmine. Fehlen noch Steine. So. Machen wir als nächstes noch den Steinbruch. Und die Eisenmine. Und dann haben wir unsere Versorgungshütten schon alle komplett. 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 So. So. Kommt der auch weg. Ein großer Steinbruch. Und brauchen wir dann. Gold fehlt noch. Okay. Großer Steinbruch. Zack. Jetzt fehlen mir Sachen zum Reparieren. Es ist das dann. Oh, na, so viel zum Reparieren. Wir müssen ja fast neu bauen werden hier. Wahnsinn. So. Großer Steinbruch steht. Sehr gut. Okay. Den Jäger. Dann haben wir jetzt mal die Plage mit den Viechern weg. So. Kommt der schon wieder? Also brauchen wir auch Eisen erst da. Okay. So. Noch eine Plage mit den Hütten und Lamas. Großer. Ja. 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 So. Nach Eisen kann man bei dem auch nicht tauschen. Schade. Wäre eine schnelle Tauschbarkeit Ressource gewesen. Die hätten wir ziemlich flott austauschen können dann. Ach so. Lastenträger und den Häub legen. Jetzt gleich mal schöne Bonis hier auf die Hütten. Den bauen wir mal noch aus. So. Na wunderbar. So. Eine Eisenmine. Fehlt uns noch Gold. So. Und jetzt fehlt Personal. Ja. Ja. Wegen einem Gold hier. Scheißt sich doch zu. Ist doch nicht wahr. So. Jetzt brennen wir alle Hütten hier runter. Das ist doch. Ja. Jetzt brennt der Markt auch noch. Ha. Ist doch. Jetzt verrecken wir alle Hütten hier nach und nach. Ja. Ja. Ich glaube ich sollte uns einen kleinen Goldvorrat jetzt mal antauschen. Weil das blickt uns so nicht viel. Nächste Hütte. Sehst du? Überall fällt es Gold. So. Machen wir mal ein bisschen mehr hier. So. 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 Okay. Upgraden wir die Goldhütte mal als erstes. Da brauchen wir auch 30 Gold. Okay. Das ist noch die Eisenmine. Ja. Jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen Personal holen. Wir haben nämlich nicht wirklich viel Lufttasche hier. So. Okay. Da noch einen zweiten. Den ausbauen. Noch einen zweiten. Hm. Ach jetzt. So. Ja. So richtig kommen sie meinen Sammler doch nicht nach. Leismine könnte im Prinzip immer einer parken. So. Da haben wir zwei. Okay. Nächster. Können wir auch gleich ausbauen. Sehr gut. So. Dann haben wir die Hütte mal alle auf Stufe 2. Ne Trophäe geworden. Na. So ist er. So. 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 Für die drei rechts noch nicht. Die nächste Hütte wieder hoch, die Goldhütte. Ich hasse das. Nahrung haben wir gar nicht so viel diesmal. Was fehlt denn noch? Ach Nahrung. Der Jäger läuft wieder hier spazieren. Das ist doch nicht wahr. Können wir mal Eisen anfangen. Dann können wir mal eine Kasanne hinstellen. Ah, ist schon unterwegs. Okay. So. Okay. 40 Eisen. Warum gibt es jetzt wieder nur zwei? Ja. 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 Ja.